Wie soll es weitergehen in Europa? Ein Jahr lang haben europäische und nationale PolitikerInnen und BürgerInnen Ideen zur Zukunft der EU gesammelt, sich ausgetauscht und Vorschläge erarbeitet. Anlass dazu war die sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas, die an diesem Wochenende zu Ende geht. Ich war in einer Arbeitsgruppe zur Stärkung der Wirtschaft, der sozialen Gerechtigkeit und zur Arbeit. Ich habe mich dafür stark gemacht, eine junge Perspektive einzubringen und zu wichtigen Themen wie Wohnen oder dem ersten Job als Student. Mit der Einbindung von BürgerInnen sind große Hoffnungen verbunden. Wir haben wichtige Vorschläge zur Bildung gemacht, zur Anerkennung von Abschlüssen und zu sozialverträglichen Bildungsstandards. Ich glaube, das könnte viel Einfluss haben. Wir haben uns erst gestern gesagt, dass sich die Demokratie in Europa danach verändern wird. Wir werden nicht nur eine repräsentative Demokratie haben, die Bürger werden beteiligt werden. Der belgische liberale Europa-Abgeordnete Giefer-Hofstadt war einer der Leiter des Exekutivausschusses der Konferenz. Auch er findet, dass es Reformen geben muss. Einer der wichtigsten Vorschläge ist die Abschaffung des Vetorechts, also Schluss mit der Einstimmigkeit bei Abstimmungen und Entscheidungsprozessen. Denn deswegen macht die Europäische Union zu wenig und ist zu spät dran. Allerdings müssten für Reformen wie diese die EU-Verträge verändert werden, was wiederum von einigen Mitgliedstaaten abgelehnt wird. Trotzdem werden die Vorschläge der Konferenz nicht vergessen werden, so die Europäische Kommission. Ich bin sicher, dass die Institutionen das ernst nehmen und die Bürger werden uns zur Rechenschaft ziehen, wenn wir nichts umsetzen. Deswegen bin ich sicher, dass wir die Sache weiter verfolgen werden. Wir werden unser Bestes tun, um den Ideen, Hoffnungen und Sorgen der Bürger Rechnung zu tragen. Die finalen Vorschläge werden den EU-Spitzen am Europatag am 9. Mai übergeben. Dann wird es jedoch Monate dauern, bis entschieden wird, ob sie umgesetzt werden können oder nicht.